Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Lpt, bitte aus der Sicht von Jannis da unten hier, so. Nee, leider muss ich die Ansage machen. Ich trau mich nicht. Ja. Halt, ich muss die Uhr starten. Ach so, genau, die Uhr muss eine Fackel. Danke. So, und ich muss RT. RT. Ach ja, mit dabei an Lina und Lukas. Genau. Sehr nett, dass du anders denkst. Ja, sehr, ich bin... Danach bin ich wieder dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen... Und geht eigentlich mein Chat nicht auf? Hm? Oh, und geht eigentlich mein Chat nicht auf? Ich kann mein Chat nicht öffnen. Oh, boah. Ja, ich hab die Taschenbelegung umgemacht, sonst muss ich das immer wechseln zwischen LOL und Minecraft. Janis, was machst du? Ich mach hier Erde. Hast du noch einen Stock dabei? Weil wir wollten doch unseren Minenschacht da machen. Ach ja, genau. Und ich zünde unser gewisses Etwas an, willst du dabei sein bei diesem historischen Ereignis? Was willst du anzünden? Ja, weißt du nicht mehr. Ach so, ich hab auch Eisen oder Stein. Ah, doch, ich weiß noch. Hast du schon ein Feuerzeug? Ja, ja, hab ich. Ja, aber noch einen Helm. Habe ich vorher geschwind offscreen gemacht. Okay. Ich böse, wo wie... I coming. Ich kommen. Ich pass noch, hab'n Helm. Ah, you in, der Inse hier. Wo seid denn ihr zwei eigentlich? Ja, wir gauern gerade in der Mine rum. Ah, okay. Das ist... Gell, Juli, das ist richtig authentisch gemacht. Oh mein Gott, okay, leg los. Oh. Mein Fernseher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da gehen wir jetzt aber nicht rein, oder? Nee, nee. Okay. Ah, ich hab'n Schwert. Ah, ich hab' auch'n Schwert. Das sind mal Tintenfische, oder wie die Dinge heißen. Ja. Wie anders. Also, ich mach' auf jeden Fall hier unten mal weiter unseren... Und ich mach' mal... Eigentlich wollte ich mal'n Dschungel suchen. Oh scheiße, ich weiß gar nicht, wo das raus war. Geh' unten. Du weißt ja gar nicht mehr, wo's ausging, oder? Äh, nein, ich hab' mich hier irgendwo reingegraben, mal mit Jonas. Cool. Das... Janis, wir haben auch noch unsere Höhle. Oh jetzt, Kohle. Welche Höhle? Ja, ich weiß wieder, wo's rausgeht. Wir haben doch hier ne Höhle entdeckt. Wo, wo? Sechs Kohle. Ich weiß noch, wo's reinging. Weißt du auch noch, wo's reinging? Ja, da mach' ich doch grad' hier nen Schacht. Dunkel und feucht. Ach so. Und jetzt hab' ich die Leitern vergessen. In den Feuchtgebieten. Passiert. Haha. Feuchtgebiete, what? Der Film ist so... Oh mein Gott. Ich sag' jetzt nix. Hast du den hier reingezogen? Gibt's da nen Film? Gibt's da nen Film? Ja, klar. Ja, klar. Upsa. So. So. Hab' ich die ganze Zeit nur weggelacht. Ich guck' nicht. Nee, saß auf dem PC, hab' den geguckt, hab' ich die ganze Zeit nur schrottgelacht. Meine Mutter kommt rein und guckt mich bürde an. Das würd' ich... Ich hab' den Weg nach draußen gefunden. Echt? Ich muss uns mal den Weg zu dir mal finden. Oh, oh, es wird dunkel. Komm' ich den Ofen? Juli, mir macht das nix. Ich bin nicht in der Höhle. Da sind 3 Gold drin. Ich hab' den Ofen. Ich hab' den Ofen. Ich hab' den Ofen. Ich hab' den Ofen. Ja. Da geht's raus. Oh mein, ja. Nicht so schlecht. Da geht's auch noch raus. Cool. Ja, hier durch. Da hinten. Nein. Guck, da war der Ofen. Äh, hier irgendwo. Woher willst du wissen, dass genau da, wo du dich begriffst, dass da Mine ist? Ah, hier, Schwester. Weiß ich nicht. Schöne sind beide bald bei uns. du machst das so eine Leiter runter, gell? Ja doch, wir haben hier so ein Strip-Nine-Dingenspringen Dann weiß ich es noch richtig Ja genau, hier bin ich Obwohl die Aufnahmen eigentlich nicht so weit auseinander sind Wie auseinander? Was auseinander? Wir werden jetzt bisher jede Woche aufgenommen, glaub ich, oder? Ja, Kurzzeitgedächtnis war ich Ah, ich hänge im Block fest Bin es? Oh mein Gott Was ist Kurzzeitgedächtnis? Habe ich noch nie gehört Ich Kurzzeitgedächtnis, du Kurzzeitgedächtnis RCA ist Kurzzeitgedächtnis Du als gleich, Janis Das ist jetzt unbedingt zur Augenzehnte in den Raus gehen würde Das war aber nicht nett Oh, Redstone, hier hat Redstone Was? Oh Gott, ich bin so blöd Janis, wir bauen ja da auf unsere Inseln ein Haus, oder? Also so als Info, das Haus oder das Schloss, was das wird, steht oben in der Luft So, voll die geile fliehen in den Berge Geil! Okay, irgendwie funktioniert das nicht, wie ich mir das gedacht hab Redstone Ach, ich sind deinem Schacht drast, oder? Ja, noch Okay Willst du hier nicht raus? Och, schön Okay Ja gut, dann suche ich halt keine Dears Doch, doch, doch Gott, du hast noch Redstone Jetzt noch Redstone Boah, ich kann nicht ohne Text-Tapack spielen Boah, ich kann nicht ohne Text-Tapack spielen Ich hab grad auch gar nichts drin Fällt mir grad so auf Ah, feldvoll Text-Tapack Hab ich grad drin Ja, ich auch, normalerweise Meine Kraft Nee, ich mach Nee, das ist so Das hab ich schon ausgewählt Und... Boah, ich hab schon letztlich ab... Nein! Nein! Ich mein Inventar ohne Raster Ja, ohne Raster? Ja, ohne Linien Ich seh alle Items frei schwemmend Oh Nee Den Bug kenn ich noch nicht Ich hab schon was davon gehört Der schau auch keine meine Schraube an Das ist dann immer rumbacken Das ist dann immer rumbacken Das ist dann immer rumbacken Ich mach die Facke noch, okay Ja, sehr gut Du wirst keine Ahnung, welches Ding ich ausgewählt hab jetzt Facke Bei mir ist das Text-Tapack-Bach, wenn mir der Himmel übersetzt Warte ich ne? Manchmal ist der so so so... Nehm, anders Text-Tapack Nein, ich hab da nicht Wie ist das ja nicht dran? Red Croft Oh, Facke Oh, Facke Nein! Abgeschossen Oh ja, ich sollte lieber die Text-Tapack-Bach nicht so rumwechseln bei mir Ach so, das muss dann alles wieder laden, lieber Dirke Nrm, nicht deswegen Oh, lol Der schießt sich gern ab Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Das ist nur Kostlosen Ja, obwohl es nicht mal ein 200er Text-Tapack war, sondern nur ein 64er Ok, ich hab das Gefühl, ich bin gleich unten Sehr gut Auf deinem Niveau Der muss ja noch lang graben Naja, das liegt unter... das liegt nämlich unterm Parkett weich Unterm Durchschnitt Ja, das auf jeden Fall Unterm Bedrock Oh, ha Das ist noch viel Unterm Bedrock, oder? Oh, geil, Lapis Boah, ich hab kein Bock mehr zu graben Äh So, ganz viel Lehm Komm zurück Ich komme So Die nehm ich noch mit Warte, ich hab versucht Bist du unten, Janis? Da Kann ich dir nicht so genau sagen Oh, Zombie, wo kommt der her? Oh, Gott Auf welcher Höhe sollte ich denn sein? Kurze Hölle, da kommt der Zombie her Nein, hör nur Genau Die Höhlen waren ja ziemlich hoch Warte mal, das ist das Eisen schmilzt noch, oder? Nein, ich hab's mitgenommen Ich hab's mitgenommen Gut, sehr gut Äh, Nuke, wo geht's raus? Okay, jetzt bin ich auf Höhe 12 und da ist gleich ein Smaragd Wenn's hier noch draus geht Ähm Längst Alles klar Mir ist grad aufgefallen, dass ich nur noch zwei Herzen hab Ah lol, VTF, wo geht's raus? Alter, wo bist du jetzt schon wieder? Hey, sind hier irgendwie Monster aus, oder so? Ja, da geh ich wieder Gell, irgendwie hab ich so auch das Gefühl, dass... Ne, vorher waren's ja Bannen, wo ich schön drin war Ah, nach oben Ich geh nach oben Komm, komm zurück zu mir Alina, ihr seid doch in der Höhle, gell? Und da brauche ich Monster Ja Tatsächlich Ja, weil bei uns hier draußen sind nämlich kleine Monster Ach, ja, ich hab genug, ja, genug Doch, nein Nicht Weißt du, wieso, dass hier oben jetzt irgendein Monster kam, und du mich runterschubst? Okay, doch nicht Ja So Alina, wie oft bist du gestorben? Weiß ich nicht Äh Da ist Wasser freischwebend Nein, kein Brot Hä, wie freischwebend Hä, ich kann nix hin Freischwebendes Wasser? Echt das? Ja, Bug Okay Okay, geil Nein Shit Uli will share, komm, mach mal Strip-Mining Hey, das sind Fackeln Ich sammle grad Lehm Achso Nein Das geht aus Ich bade den Kies Ich bade den Kies Ich bade den Kies Und dann bräuchte ich noch Sand Muss ich noch Sand fahren Okay, wie viel Abstand machen wir da 1, 2, 3, 4, 5, okay Hau getraus Wenn ich dir einen Wegpunkt machen kann Ja, wie ohne Minimap Achso, hast keine Nö Woher? Kohle Also Juli Ja? Passt perfekt Schwerst Wow Ich bin bereit Bege Ich bin bereit